Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Podkönige mit mir und Taubi. Hallöchen! Hallo, ich bin der Taubi. Das ist schön, Taubi. Ich bin der Dummi. Cool! Ja! Schön, dass du uns endlich mal kennenzulernen, ey. Kennen wir uns ja noch gar nicht. Ja! Ja, ja. Ich hab gehört durch ein Gerücht, dass man dich auch Sir Taubenbär nennt. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab das für ein Gerücht gehalten. Mein Ur-Ur-Ur-Groß-Opa. War der böse? Nee, war ganz nett. Der war, okay, ein ganz netter. Okay. Ja. Ja, ja. Wir haben schon ein bisschen, bevor hier Podcast-Aufnahme läuft, ein bisschen drüber gequatscht auf das 1.20-Update. Und da hatte ich so ein Thema im Kopf, das hat halt einfach geheißen, also eine richtig schwere Deutschsprache-Hilfe. Wie lange denkt man, oder wie lange denken wir jetzt, dass die Entwickler von Minecraft, also Motang und Microsoft, noch Minecraft unterstützen werden? Weil Minecraft gibt's ja jetzt seit 2009, glaube ich, so die allererste Alpha, so, ne? Das sind jetzt schon 14 Jahre. Ist ein sehr, sehr gutes Alter für ein Spiel, das immer noch reichlich mit Updates versorgt wird, wie jetzt der 1.20. Aber wie lange geht das denn noch? Also, wann kommt das letzte Update für Minecraft raus? Finde ich, ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage und ich kann's dir nicht sagen. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch lange gehen. Ja. Weil Minecraft ist ja ein Spiel, was jeder spielen kann. Es ist ja so Grundbasics, so. Es ist ja Blöcke. Die erste Alpha waren ja nur gefühlt Blöcke aneinander bauen. Also, gab's ja nichts, gab's ja keine Monster, gab's ja nur Erdblöcke und Steinblöcke oder so. Ich weiß nicht, wenn man jetzt ein neues Spiel machen würde, wenn Minecraft 2, wie das dann aussehen soll. Weil du kannst ja nicht viel ändern an dem Spiel. Eigentlich kannst du, glaube ich, gar nichts ändern. So, das sind halt Blöcke, so, ne? Ja, ja. Ja, aber dann kannst du halt auch ein Update reinhauen, so, ne? Ja, genau. Wir machen die halt. Ja. Und deswegen wird niemals einen zweiten Minecraft-Teil geben, denke ich. Weil ich weiß nicht, was die dann ändern sollen. Kannst du nichts ändern, groß. Es bleibt immer dasselbe Spiel. Ja. Aber ich denke, was ich hoffe und denke, dass die irgendwann mal Vertikal-Blöcke einbauen. Das wär cool. Weil das gab's ja auch in Mods, bei Pirates gab's das zum Beispiel. Das war cool. Ja. Und es gibt ja jetzt diesen neuen Block da in der 1.20. Dieses Bambus-Mosaik. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich hab keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, das kann man jetzt schlecht demonstrieren hier. Aber das ist halt, guck mal hier, für die YouTube-Zuschauer, guck mal hier. Ja, ja, ja. Das ist hier, dann ist halt hier die Hälfte von dem Block anders, von dem Holzblock. Das ist hier die Hälfte von dem oberen Viertel hier, gehen die Streifen nach unten. Und von dem unteren rechten Viertel gehen die nach unten, weißt du? Und dann gehen die hier nach rechts. Kompliziert, ich weiß. Verstehst mich schon. Ja, ja, glaub ich, ja, ja, glaub ich auch. Ja, ja, ich hab alles verstanden. Aber ich denk mal, das, also das gibt's jetzt nur mit Bambus. Aber ich denk mal, die werden das jetzt auch mit dem anderen Holz machen. Dass es da solche Holz-Mosaik-Blöcke gibt. Bald. Irgendwann. 1.21. Ist halt irgendwie, äh, find ich, äh, der Wahnsinn im Vergleich zu Minecraft, bekommt immer noch aktive Updates. Und es sind immer noch aktive Spieler da und spielen es, wie zum Beispiel wir. Bei FIFA zum Beispiel, bei FIFA, ich sag mal FIFA 20, kommt kein Update mehr raus und es spielt keine Sau mehr. Ja, FIFA 21 auch nicht. Und das Spiel ist gerade mal zwei, drei Jahre alt. GTA ist jetzt seit zehn Jahren alt. Es kommen immer noch Updates, aber nicht mehr so die aktivsten Spieler. Also da wartet man halt auf GTA 6. Bei Minecraft halt nicht. Und das Ding ist über 14 Jahre alt. Das ist halt da mal so, ne? Ja. Jedes Update ist jetzt ein DLC und kostet 20 Euro. Also wenn Minecraft von EA wäre, dann ja. Ja. Aber dann würden sie das Spiel auch jedes Jahr neu rausbringen und einfach... Ja, stimmt. Jedes Update, wenn nicht ein DLC, dann nochmal ein Spiel für 80 Euro. Neues Spiel. Minecraft 1.20. Minecraft 1.19. Und DLC wären dann Minecraft 1.19.1. Das wäre das DLC. Wo dann ein, zwei, drei Blöcke dazu sind. Das wäre EA, ja. Eine Abzocke. Ja, richtig. Ist ja bei FIFA. Obwohl, Sims ist es glaube ich so, ne? Sims ist genauso. Da hast du das Spiel, Sims 4, und bekommst Updates oder so, ne? Irgendwie halt Bugfixes und sowas. Aber halt auch kostenpflichtige DLCs. Und davon 200 Stück oder so. Ja, das machen aber viele so, ne? Das ist ja, muss man ja sehen, wie privilegiert wir sind. Das wäre in Minecraft so, dass das halt, dass das kostenlos alles ist. Das ist ja auch bei, man kann jetzt sagen, was man will gegen Fortnite, aber das ist ja bei Fortnite auch so gewesen. Dass da immer Updates kamen. Jedes Mal wurde das komplette Spiel verändert gefühlt. Mit den ganzen Waffen und allen Fahrzeugen auf einmal kannst du ein Raumschiff steuern in Fortnite. Ja, Fortnite ist da sogar, finde ich, noch besser als Minecraft, weil Minecraft zahlt so trotzdem einmalig 30 Euro. Und dann bekommst du jedes Mal ein kostenloses Update dazu. Fortnite ist halt von Anfang an kostenlos. Und du hast da zwar auch Ingame-Währungen, die du mit Echtgeld halt kaufen kannst, oder du erspielst dir das. Also da finde ich das System von Fortland eigentlich völlig okay. So, weil es halt grundlegend kostenlos ist und du dir alles kostenlos erspielen kannst. Geht bei FIFA halt nicht, weil, naja, ne? Da heißt es, okay, du kannst es kostenlos erspielen, musst aber erstmal 200 Stunden spielen. Oder du zahlst halt einen Zehner und kriegst es dann. So, dann hast du aber keinen Bock, den 2.000 Stunden zu spielen. Sondern du denkst dir, okay, gut, einen Zehner zahle ich da noch ein. Und dann wollte ich mir auch noch FIFA kaufen. Oh, du Böse. Aber jetzt nicht das Neueste, oder? Ja, doch. Oh. Aber nicht für den Vollpreis, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Wir werden es sehen. Bitte nein, oh nein. Ich wollte einmal nach... Ich glaube, ich spiele hier seit sieben Jahren FIFA 15 auf meiner Xbox 360. Oh, okay, dann ist okay. Ich wollte mal was Neues, einen neuen Spieler. Langsam, weißt du, kein einziger Spieler, den ich da in FIFA 15 noch habe, Der spielt aktuell noch. Wir sind alle schon in Rente. Dann würde ich dir aber FIFA 22 empfehlen. Einfach, weil es, naja, günstiger ist. Gehe ich zumindest davon aus, ich glaube, irgendwie auf Ebay oder so bekommst du FIFA 22 für einen Zehner. Vielleicht maximal für einen Zwanziger. Bei FIFA 23 gibt es den Powerschuss und der ist absolut useless. Wenn schon, weißt du, wenn schon mal noch nach sieben Jahren oder acht Jahren, dann musst du auch mal... Dann schon das Neueste. Aber im Angebot, weil FIFA ist immer im Angebot. Selten ist es beim Vollpreis, egal auf Steam oder Playstation, ne? Im Winter ist es dann im Angebot. Ja. Also das Neueste jetzt dann, EA Sports FC. Ja. Ja, gucken wir mal. Vielleicht gibt es auch gar kein Neues, weißt du? Doch, doch, doch. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie das funktioniert. Klingt ja voll scheiße, Mann. EA Sports FC. Ja, naja, sie haben halt keinen Bock mehr gehabt, die FIFA-Lizenz zu bezahlen. Was ja auch irgendwie verständlich ist. Weil ich glaube, deswegen, ich hoffe es zumindest, war FIFA dauerhaft jedes Jahr 80 Euro teuer, weil halt EA dauerhaft die FIFA, den Namen, bezahlen musste, dass sie den benutzen dürfen. Die müssen ja auch, die Spieler und so, die müssen ja alles. Ja, Bundesliga-Lizenzen, alles so, ne? Und da gibt es ja auch Vereine, die dann sagen, oh, 100 Millionen Euro, ansonsten dürfte hier die Spieler nicht benutzen. Ja. So wie Juventus. Deswegen wurde dann komplett Juventus rausgenommen und wurde dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, kommt ein neuer Verein, haben sie dann gemacht. Und Bayern dürfen sie auch nicht mal der Allianz Arena nehmen. Aber ich glaube, wir sollten auch von über FIFA zu reden oder generell über Fußball. Ich glaube, da können nicht alle mitreden. Ja, dann müssen wir über was anderes reden. Ja, Xbox 360 habe hier sogar ein Thema stehen. Da kannst du sogar gerne weitermachen. Ja, weiß ich nicht viel. Also ich habe eine, die habe ich mal bekommen. So, weiß ich nicht mehr. 2016, 17? Also relativ spät noch. Da war schon die Xbox-Ernte da. Ja, aber ich wollte ja immer Minecraft spielen, weißt du. Hm, ja. Und ein Freund von mir hatte Minecraft auf der Xbox 360 auch. Und da habe ich das, weißt du, und dann war das so cool, Minecraft. Oh ja. Und dann wollte ich unbedingt irgendwie Minecraft spielen. Da habe ich gesagt, die Konsole war mir egal. Ich wollte nur Minecraft spielen. Ja, ich hatte fast eins, eins dieselbe Story mit meinem Bruder, weil ich wollte auch Minecraft spielen. Mein Kumpel von mir hatte eine Xbox und dachte mir, okay, kaufe ich mir halt auch eine Xbox, hat aber das Geld nicht für. Mein Bruder wollte unbedingt FIFA spielen, hatte aber keine Konsole. Also dann habe ich gesagt, okay, wir zahlen zusammen für eine Xbox. Haben wir nie hinbekommen. Jetzt habe ich alleine eine Xbox, wirklich eine ganz, ganz alte 360. Ich glaube, ich habe die gerade leider nicht da, ich habe die erst gestern oder so abgebaut gehabt. Die ist schon sehr alt. Also die hat halt nicht bei einem Anknopf, geht es da so minimal rein, glaube ich so, ne? Weil es da so ein, so ein, ne? Habt ihr schon mal, glaube ich, gesehen. Und da gibt es so eine ganz alte, die habe ich. Ja. Ja. Und auch wegen Minecraft. Weil, ich habe jetzt sogar meinen Kumpel gefragt, ob ich das erzählen darf, der liebe Geisty. Geisty, weil, wie viele wissen, waren wir zusammen in der Grundschule und in dem Bereich circa kam Minecraft für die Xbox und Geisty war voll, voll, war halt voll Fan davon und hat dann gesagt, ey, Domi, komm mal mit, wir zocken jetzt einfach. Und dann saßen wir bei der Xbox und haben Minecraft gespielt, Splitscreen. Können sich auch gar nicht mehr denken, dass das noch existiert, ne? Weil alle jetzt noch online und hier und bla, aber Splitscreen, das ist ja ein Phänomen geworden. Hab ich auch gemacht. Ja. Und dann habe ich bei dem die Fensterscheiben kaputt gemacht in seinem Haus. Das habe ich dann immer lustig gefunden. Okay. Hey, ich mache dir die Fensterscheiben kaputt. Ja. Da war man ja nicht so drin in Minecraft. Da wusste man ja noch gar nicht, was ich machen muss. Da bin ich ja immer irgendwo gestorben. Bin ich in den Nether gelaufen, bin ich in den Lava reingefallen. Oh, Nether war für mich so ein, also das allererste Mal, wo ich im Nether war, war einfach für mich so ein Höllentrip. Weil ich wurde von jedem noch so kleinen Pups angegriffen. War noch nicht der neue Nether. Es war wirklich der alte, wo es nur Netherrack und Netherquarz gab. Mehr gab es da zu dem Zeitpunkt nicht. Zombie Piglins und die Lohen und Wither Skeletor und Garst und so, ne? Aber als dann Geist gesagt hat, ey, guck mal, da ist eine tolle Festung, dachte ich mir so, ey, cool, voll lustig. Renn da rein und stand nur noch in der Ecke und hab geheult. Und Geist, der hat alle weggemacht. Und das war ne lustige Story. Gibt's vielleicht sogar ein Video von. Also ich wusste, dass wir das aufgenommen hatten mit so einer Handykamera. Also den Fernseher gefilmt. Aber ich glaub, die gibt's leider nicht mehr. Oder in nem ganz alten Handy, das irgendwo hier im Grauen des Kellers liegt. Da sind vielleicht noch die Aufnahmen drauf. Würde ich gerne mal wieder anschauen. Hast du dann auch mal online gespielt, Minecraft? Da gab's ja diesen Modus auf der Xbox, diesen Battle-Modus. Diesen Battle-Modus? Ja. Aber es war halt bei Xbox, war das ja immer so, dass man da noch hier Xbox Gold brauchte. Ich hatte das manchmal. Weil manchmal, ja, ein paar Mal halt. Und da gab's dann in Minecraft auf der Xbox so einen Modus. Da gab's einmal so, das hieß Tumble. Das war halt hier, wie heißt denn das? Wenn du auf einer Ebene bist und dann mit der Schaufel das halt abbaust. Spleave, genau. Das gab's, dann gab's irgendwann später, ganz am Ende, gab's Elytra-Rennen. Oh, oh, so? Frisch auf der Xbox 360? Ja, ja, das ging ja nur bis der, das war dann 1.13 oder so. Das war die letzte Version, die mit der Xbox 360 da gekommen ist. 1.13. Ja. Und dann gab's halt diesen Battle-Modus. Das war halt so, ja, Survival-Games mäßig. Und das war richtig cool. Das war, also wirklich, das war viel besser als jedes, jeder Spielmodus heutzutage auf den Minecraft zu erinnern. Das war anderes Level. Da waren auch, bei der Xbox ist es halt auch so, dass du da langsamer bist jetzt als am PC und so, weißt du? Da kannst du dich jetzt nicht hierher so machen oder so. Hm, ja, stimmt, ja. Da war es so richtig langsam und da war ein ganz spezielles, du musstest so ganz anders kämpfen und so. Da war ja aber auch, das war ja dann aber auch noch sozusagen 1.8-Kampfsystem. Weil, ja, aber es war halt auch kein richtiges 1.8-Kampfsystem, weil viel langsamer und so. Es war, es war wild. Es war richtig wild, muss ich sagen. Ich kann's mir nicht mehr vorstellen heutzutage. Aber die Maps und so, weil jede, jede, es gab da ganz viele Maps. Okay. Es waren drei Gratis-Maps. Das heißt, wenn du halt jetzt Xbox Gold hattest, konntest du ein Spiel erstellen, ein Online-Spiel. Und dann kamen andere random Leute rein. Aber dann hattest du halt nur drei Gratis-Maps. Dann warst du halt in so einer Lobby und dann konnte man entscheiden, welche Map man spielen will. Halt normal. Aber wer so DLCs dann gekauft hat halt, hatte halt mehr Maps zum Spielen. Und wenn du Glück hattest, einem anderen Spieler beigetreten bist und der gerade die ganzen DLCs da hatte, dann gab's richtig, richtig coole Maps. Und die hatten alle einen eigenen Soundtrack. Die gibt's auch alle auf YouTube noch anzuhören. Das ist richtig, richtig cool. Also wirklich, ist anders. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber mal gespielt hat. Das war richtig cool. Hattest du deine allererste Minecraft-Online-Erfahrung? Ja, das war richtig, richtig cool. Wenn man so eine andere Minecraft-Spiele gesehen hat und dann so, oh geil, die spielen auch Millekraft. Aber das kannst du nicht mehr mit heute vergleichen mit dem Kampfsystem. Das ist ja ganz anders. Das ist ja viel langsamer und so. Ja, ja. Da bist du auch manchmal einfach so, weil die Steuerung ist ja auch mit dem Controller und so, bist du auch manchmal einfach runtergefallen oder so halt. Und da gab's halt Kisten auf dem Meer, wie eben Survival Games auch. Ich glaube, ich hab das auf dem Handy mal gespielt gehabt. Oder? Nee, warte, da gab's. Ich glaube, Blue Stacks heißt es. Es ist so eine App, die man auf dem PC runterladen kann. Dann kann man Handyspiele auf dem PC spielen. Und da hatte ich dann den Vorteil, dass ich den Aim hatte mit der Maus und die gute Steuerung mit WASD. Dann hab ich Minecraft Pocket Edition runtergeladen. Bin dann in solche Sachen rein, in solche Online-Sachen. Hab die ganzen Runden gewonnen, weil ich halt einfach besseres Aiming hatte. Irgendwie unfair. Aber ich hab mich gefreut, weil dann konnte ich mal gewinnen. Immer so schlecht im PvP. Ja. Ja, bin ich immer noch. Jemand vielleicht ein bisschen. Hast du gesehen, wie Yoshi mich weggemacht hat bei DSR? Aber das war ja auch eine doofe Situation. Da bist du ja auch wirklich, da hättest du auch wegrennen müssen. Ja, hab ich ja gemacht, aber dann bin ich am Sand hängen geblieben. Wolltest du dann zu Partnern gehen? Ja, ihr wolltet so ein bisschen verteidigen. Das war ja keine gute Idee, glaube ich. Nee, weiß ich überhaupt nicht. Aber naja, wollte ja Partnern beschützen so ein bisschen. Weil Tonus sich einfach im Stich gelassen hat, der Böse. Ja. Ja, ja. Einfach weggerannt. Bin aber auch manchmal weggerannt. Ich glaube, irgendwie sind alle weggerannt. Außer Yoshi und Hannah sind beide einfach alle weggeschnitzelt. Ja, ich hab gewesen, sogar am Ende noch ein bisschen beschützen wollen. Weil der wurde abgeschossen und dann hat er nicht hingekriegt, da zu blocken, weil der wegrennen wollte, weißt du. Und dann haben die ihn in seine Rücken geschossen. Dann wollte ich vor den gehen und vor den blocken. Und dann war er schon tot. Oh nein. Aber das Video kommt noch. Bestimmt. Ja, ja. Das kommt definitiv. Ganz viel ausschneiden. Weil das geht ja vier Stunden oder so. Ja. Und die Aufnahme ist auch riesig. Hab ich ja schon mal gesagt. 100 Gigabyte normal. Einhundert. Das ist halt krass. Das ist einfach ein ganzes Spiel. Mehr. Zwei Spiele. Ja. Weil mein Speicherplatz ist jetzt voll. Deswegen kann ich jetzt nichts anderes mehr machen. Deswegen muss ich das erstmal fertig schneiden, bevor ich das dann löschen kann. Warte, wenn du das fertig geschnitten hast, dann ist ja die fertige Videodatei, schluck du auch nochmal irgendwie drei, vier Gitarbeit. Das ist nicht so schlimm. Das geht okay. Die kann ich ja löschen dann. Also ich hab schon mal, ich hab, ich, ich, früher hab ich alles auf dem, auf dem PC dann drauf, also auf dem Laptop dann drauf gehabt. Weil da war ja sowieso die Aufnahme nicht so groß und die geschnittenen Videos, die haben alle. Auf die Festplatte gepasst. Aber jetzt hab ich auch angefangen, alles, alles zu löschen. Ich muss eigentlich, müsste ich, weil es ist ja auf YouTube theoretisch gesichert, so. Theoretisch. Kann ich ja immer wieder neu runterladen, wenn ich's brauch. Ja. Hauptsache, mein Kanal wird nicht irgendwann mal gelöscht oder gehackt oder so. Das hab ich ja Angst. Tja. Deswegen hab ich auch mal überlegt, aber das wär halt übelst viel Arbeit. Dass ich einen zweiten Kanal mach und dann halt alles nochmal hochlade. Zweites Mal, damit ich alles Backup hab. Oder, das mach ich aktuell, alles, was ich YouTube-technisch irgendwie mache oder aufnehme, packe ich auf eine externe Festplatte. Und dann ist halt da alles drauf. Aber die kostet viel. Oh, ich hab kein Geld. Ja, ich glaub, das ist jetzt eine 100-Gitarbeit-Festplatte oder so. Oder? Nee, mehr. Oder? Warte, muss ich mal kurz gucken. Nee, glaub ich stimmt nicht drauf. War jetzt auch nicht so wichtig im Moment. Man hat ja noch nicht hier die Millionen Abonnenten, wo man wirklich mehrere tausend Euro im Monat macht, wo es dann wirklich schlimm ist, wenn man wirklich einfach Angst hat. Ich verdiene ja eh nichts mit YouTube. Ja, aber irgendwann vielleicht dann so, ne? Ah, aber da gucken die sich ja nicht die alten Videos an, denk ich mal. Ja, aber wegen Hacken, das mein ich jetzt. Dass wenn du eine gewisse Reichweite und Aufmerksamkeit hast, dass dann wirklich Leute denken, ey, ist doch lustig, wie ich den Typen hacke. Das müssen die erst mal hinkriegen. Ja, und ich glaub, auch YouTube ist da sehr, sehr benutzerfreundlich, dass sie dann auch dir helfen. Na, nee, nee, nee. Nee, nicht? Nee, 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 gar nicht. Denen ist das scheißegal. Besonders wenn du klein bist, ist denen das scheißegal. Ja, dann. So blöd, wie es anhört, okay. Nee, aber ich mein, immer wenn ich mit dem Support geschrieben hatte, weil ich ein Problem hatte, waren sie da. Dann haben wir geholfen. Und das fand ich cool. Aber wenn dein Kanal weg ist, dann machen sie nix groß. Das glaub ich nicht. Ich hab einen gesehen, der hatte auch, der hatte tausend auch, tausend oder zweitausend Abos. Und dem wurde auch der Kanal gehackt. Dann hat er ewig dort herumgeschrieben und konntest du nix machen. Wir wollten den nicht zurückholen. Und da hab ich ein bisschen Angst, wenn das passiert. Weil ich glaub nicht, dass die meinen Kanal dann zurückholen werden. Und wenn du jetzt irgendwie ein krasser Unge bist oder so, dann machen die eher was. Aber so in unserer Größe weiß ich nicht. Ich glaub, die geben sich mehr Mühe, sobald dieses Konto auch Geld verdient. Weil alles Geld, was man ja als YouTuber verdient, sobald man verdienen kann, verdient ja YouTube auch. Also das ist ja, glaub ich, so 55, 45 Prozent Verhältnis. Das heißt, glaub ich, der, ich sag jetzt mal zum Beispiel ich, ich mach ein Video, damit verdiene ich jetzt das Geld. Und davon bekomm ich 55 Prozent und YouTube 45, glaub ich. Oder andersrum. Zumindest so, ich sag mal, 50, 50 doch. Und wenn halt du zum Beispiel ein Video hochlädst, wo du nix verdienst, YouTube auch nicht, weil da halt noch keine Werbung gestalten werden kann, juckt's halt YouTube auch nicht, wenn der Kanal weg ist. Weil, ne, verdient ja kein Geld damit. Wenn ich jetzt ein Problem hätte, dann schon, weil YouTube würde ja dann auch Geld verlieren. So doof, wie es anhört. Aber ich glaub, so ist deren Denkweise. Weißt du, was ein Ding ist? Was hören? Na, also ich kann ja noch keine Werbung auf meinem Kanal freischalten und so. Ja. Aber, trotzdem gibt's manche Videos von mir und da ist Werbung automatisch draufgeschalten von YouTube. Hm, ja. Dann verdienen die ja auch durch mich irgendwo. Bestimmt, denke ich mal, weil, oder? Also, ja. Ja, schon, ja. Ja, das war nicht viel, logischerweise, aber, ja. Wie funktioniert denn das dann? Also, es ist ja nicht so, dass jedes Video von mir Werbung hat, aber manche Videos, ist das irgendwie Zufall? Oder, also, das versteh ich dann nicht. Irgendwie, weißt du, versteh ich halt 0,0, wie das dann funktioniert so. Ja, ich glaub, das ist bei Videos, die über tausend Aufrufe hat, die halt wirklich gut abgehen so, ne? Mein neustes Video über die 1.20, die hat auch Werbung gehabt. Ein Hype ist oder so? Das kann sein, so minimal im Trend oder für, ich sag mal blöd gesagt, deine Verhältnisse im Trend, ja. Ist das das Einzige, wie ich's mir erklären kann. Da kann ich nämlich nicht mehr dagegen wehren, wenn ich jetzt sagen würde, ich will keine Werbung haben. Auf Twitch kannst du komplett Werbung ausfalten. Ja, bei YouTube ja dann auch, wenn du dann halt monetarisieren kannst, dann kannst du auch sagen, nö, ich möchte keine Werbung machen. Aber halt erst dann, sonst macht's halt, ich glaub, aber selbst dann, dass YouTube dann automatisch macht, nur du halt dann nix damit verdienst, so, ne? Ja, aber das ist ja doof, das will ich ja dann nicht. Ja, klar, aber, naja, machst du halt nix damit. Und jetzt hab ich keine Chance, das wegzumachen. Ja. Aber, naja, so ist es halt. Na, ist halt immer noch YouTubes Plattform, so, ne? Also, ne? Klar, aber ich mein, die verdienen genug, und an meinem Kanal verdienen die eh nichts. Also, selbst wenn die dort Werbung draufschalten würden, die zehn oder hundert Leute, die die Werbung sehen, also, macht ja keinen großen Unterschied, sag ich mal. Es gibt sehr viele Leute, wo ich's nicht verstehe, warum sie's machen, aber sie machen's trotzdem. Die schreiben unter ein Video Erster drunter. Und ich frag mich, warum. So ist's halt schön für die, dass sie halt Erster sind, aber schreibt doch irgendwas Schönes wie, ey, schönes Video oder gutes Video oder irgendwie irgendwas. Aber nicht Erster. So, juckt doch keine Sau. Letzter. Ja, ja, lol. Hä? Ne, aber ich mein halt, also, ich check's nicht. Hab ich da irgendeinen Trend verpasst oder so? Ja, ja, klar. Ja, hast du das nicht mitbekommen? Also, es ist ja ein Trend. Es ist ein Trend. Es ist ein Trend. Also, Trend, es war schon immer so. Seitdem es YouTube gibt, ist das ein Trend, sozusagen. Ja, aber, was erwartet man dann bitte? Was man dann bekommt, so, ne? Weil ich hatte... Musst du die Leute fragen. Ja, okay. Ne, weil einmal... Einmal aufmerksamkeit oder so, cool, ja, du bist der Erste oder so, persönlich irgendwie, dass man sagt, oh mein Gott, ich bin der Erste, der dieses Video schaut. Sondern drunter schreiben so, so, ja, toll, schön für dich. Persönliches, persönliches Glücksgefühl, persönliches Achievement, wenn man sagt, ich bin der Erste, der das Video gesehen hat. Also, mir ist das ja... Auf der Welt. Ja, klar. Aber andere halt nicht, okay, ja, dann, ja, klar. Mir ist das egal. Ihr könnt gerne bei mir unter meinen Videos kommentieren, das mag ich. Aber halt nur Erste. Zuerst, das wäre cool. Dann haben wir zum Schluss so 100 Kommentare und dann wirklich Erste, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. Das wäre ja, das wäre cool. Das würde ich sogar feiern. Wenn einfach nur einer Erste drunter schreibt, das war bei mir Pirates-Video mal so, bei irgendeinem Pirates-Video, schreibt einer Erste. Dann schreibe ich Zweiter, glaube ich. Dann kommt bei Quanton und schreibt Dritter. Dann kam, glaube ich, Hanna und schreibt Vierter. So, okay, ja gut. Haben wir jetzt dann gecheckt, so, ne? Ihr könnt gerne bei mir alles kommentieren, was ihr wollt. Auch, was ihr ja heute gegessen habt. Ah, ob ihr noch nichts gegessen habt, dann schreibt aber nichts. Schreibt aber, ich habe heute noch nichts gegessen. Ist es nicht sogar algorithmusmäßig so, dass man liken, gucken, teilen und irgendwie alles machen muss, was die Plattform einem bietet? Ja. Ja. Ist alles gut. Vor allem Kommentare kommentieren. Ach so, sogar nochmal auf Kommentare, die kommentiert wurden, kommentieren. Ja, Kommentare kommentieren halt. Okay, also ist es eigentlich gut, wenn jemand bei mir unter ein Video schreibt, dass ich das mit dem Herz mache und like und da drunter noch kommentiere. Wenn jemand schreibt, gutes Video, kommentiere ich drunter, danke. Und das ist gut von Algorithmus. Ich weiß nicht, ob du selber das, also halt, wenn jemand anderes das noch drunter schreibt. Aber ich weiß nicht, ob, wenn du das selber machst, ob das so viel bringt, weil YouTube checkt ja, dass es dein Video ist. Ja, deswegen, ne. Weil dann kann ich ja alles. Aber wenn jemand anderes drunter schreibt, wenn da so ein bisschen Konversation in den Kommentaren herrscht, sag ich mal. Wenn da irgendwie eine Diskussion auf einmal im Kommentar drin ist, das ist gut. Oder gibt es ja auch Kommentare, die mag ich irgendwie nicht wirklich, weil man jetzt donnert sich schon wieder, legt mich ein Pupürchen, ey. So. Das ist dann irgendwie, einer schreibt gutes Video und dann schreibt man Danke und dann irgendwie entwickelt sich wirklich eine Unterhaltung in den Kommentaren. Weil dann denkt man sich, also ich würde mir denken, oh cool, ich habe ein Video, das hat 14 Kommentare. Gehe ich so drauf, dann hat es einfach ein Kommentar, so ein Hauptkommentar, wo steht gutes Video. Und drunter einfach Unterhaltung mit, hast du heute Lust auf, was weiß ich, Animal Crossing spielen? Ne, hab leider Ferien, lass morgen machen. Okay, texte mich noch auf Discord. Ja, klar, mache ich. So, alter Junge, dann so, alter. Das ist gut für den Algorithmus. Also, das können die gerne machen bei mir. Sag ich nichts. Das ist wirklich gut. Ja, das glaube ich dir auch. Aber mich stört es halt, weil, alter, das können sie doch easy einfach selber schreiben, so, ne? Einfach im Alleinendings. Auch bei manchen Discord-Servern, wo dann im Allgemeinen-Chat einfach nur zwei Leute schreiben, wirklich, wie es denen geht, was sie noch vorhaben. Alter, dafür gibt es doch den Einzelchat. So. Ah, aber wenn sich das da einmal entwickelt hat und jemand angefangen hat, da zu schreiben und dann nur einer da war, dann ist es halt so. Dann alt der vier und tschüss. Ich bin da auch so. Oh, warte, ich hätte sogar noch ein Thema. Und ich hoffe, die Person hört das nicht, weil, ne? Naja, egal. Aber, warte, jetzt muss ich mir aufschreiben. Warte, dann haben wir das schon mal weg. Und dann so. Weil ich schreibe mir, seitdem ich sehr viel vergesse, schreibe ich es mir immer auf. Okay, aber jetzt erst mal ein klein bisschen Robley vielleicht wieder, obwohl vielleicht nur so ein bisschen eigentlich deine Meinung dazu. Und zwar, stell dir vor, du würdest ein Spiel entwickeln, egal welches, sei es ein Fortnite, sei es ein VR-Chat, sei es ein Minecraft, sei es ein GTA, sonst was. Würdest du als Spielentwickler Mods erlauben von Spielern deines Spiels? Ja, klar. Okay, ja gut, hat sich gut geklärt. Weil, Minecraft, logisch, ne? Minecraft lebt ja eigentlich dadurch auch, dass die Mods, ähm, ja, halt, ähm, sagen dürft ihr machen, so, ne? Ist ja, ne? GTA hat, glaube ich, so teilweise Mods davon machen. Ist aber, glaube ich, die Installation schwer oder so. Weiß ich nicht. Hab ich mal nie wirklich reingehängt. Dann VR-Chat. Ich weiß nicht, ob das viele Leute kennen. Die Hamster haben auch davon gelebt, dass die halt mit Mods gespielt hatten. Hatten die Entwickler jetzt aber verboten. Wo es dann ein bisschen Shitstorm bekam, weil, naja, so halt, ne? Manchmal sind ja die Mods wirklich das, was das Spiel am Laufen hält. Was ja für ein Entwickler eigentlich richtig gut ist, weil dann noch mehr Leute dieses Spiel spielen. Ja. Ja. Deswegen würde ich's auch machen. Würdest du's auch machen, okay. Ja, gut, das war eigentlich das... Also auch noch die Frage, ob man's so kommerziell machen darf oder nicht. Das ist ja dann die Frage eher, weil ich denke mal, theoretisch, also ich würde ja jetzt nicht verstehen, wenn jemand sagen würde, ihr dürft gar keine Mods machen. Selbst wenn, also, selbst wenn die das freiwillig, ohne dass die Geld kriegen, machen. So, das ist ja wirklich nur gut fürs Spiel. Ja, stimmt, wenn sie die Mods kostenlos anbieten. Ah, so meinst du, ja. Wenn die das irgendwie damit verdienen, dann kann ich schon verstehen, dass die da nicht so gut drauf sind. Manche haben. Ja. Und dann sagen, hier, ich verkaufe meine Mods für 100 Euro. Keine Ahnung. Das ist das Ding, das ist ja nochmal was anderes, weil es gibt ja auch Minecraft-Mods, wo dann die, ähm, naja, Mods Entwickler Geld verlangen für ein Spiel, das du entwickelt hast. So, ne? Eigentlich müssten die ja das Geld mit dir teilen, weil du, ja, denen die Vorlage gibst. Ja, ja. Ist, also, würdest du's denn so machen? Ja, weiß ich nicht. Also, du machst ein Spiel, ich entwickle ein Mod und sag dann, ja, okay, Leute, wenn ihr das Spiel von Taubi spielen möchtet mit meinem Mod, dann zahlt mir 100 Euro. Und dein Spiel kostet 30 oder so. Und ich cash richtig ab. Du natürlich auch, weil ist ja dein Game. Aber ich cash ja noch mehr ab. Die Frage, also, ich würd, wenn das so wäre, würd ich vielleicht sagen, dass irgendwie so Spenden eher sein soll. Also, wenn die, die Mod-Entwickler irgendwie Patreon haben oder so, das wäre vielleicht besser dann, den unterstützen können einfach. Und dass ich den, ich kann den ja auch, wenn ich jetzt Entwickler bin, kann ich ja auch den, den irgendwie Featuren mäßig auf, auf meinem Social Media oder so von meinem Entwicklerstudio, dass ich sage, ey, guck mal, der Typ hat einen coolen Mod rausgebracht. Danke für deine Mühe und so. Und dann, damit die Leute auf den aufmerksam werden, den vielleicht irgendwie spenden einfach. Du als Spieleentwickler würdest dem Mod-Entwickler für dein Spiel unterstützen, dass er Geld mit einem Mod macht für ein Spiel, das du entwickelt hast. Ja, wenn es cool ist. Ja, ja, klar. Wenn es ein cooler Mod ist. Minecraft kostet zum Beispiel 30 Euro einmalig. Zahlst du einmal 30 Euro für das Spiel, hast du es für immer. Und dann gibt es Leute, zum Beispiel, bei mir jetzt der Fall, der Physix-Mod. Der kostet 30 Euro im Monat. Die Pro-Version. Das heißt, wenn man das irgendwie, naja, ein Jahr halt haben möchte, zahlst du 12 mal 30 Euro. Du könntest natürlich gerne die Leute ausrechnen und du kommst da auf eine gute Summe, die du dann im Jahr ausgibst für einen Mod. 360 Euro. Zahlst du im Jahr. Für ein Spiel, das du einmal 30 Euro. So weiß ich mal. Und ich glaube auch nicht, dass sich Minecraft oder Mojang, Microsoft, whatever, sich dann denken, oh geil, den Typ pushen wir jetzt noch, dass der noch mehr Cash macht für einen Mod. Das sage ich ja nicht. Ich sage ja nur, dass die spenden sollen, die Leute. Und nicht, dass der Mod kostet was. Das will ich nicht, aber dass die den freiwillig unterstützen können. Also wenn der Mod kostenlos wäre für ein Spiel, das du entwickelt hast. Ja, dann wäre es cool, denke ich. Ja, klar. Ach so, okay, jetzt verstehe ich deinen Gedankengang. Weil ich war gerade, okay, ich dachte jetzt wirklich, die Leute, die ein Mod für dein Spiel entwickeln würden, immer automatisch was verlangen. Also wenn der Mod kostenlos ist und du ihn als Spieleentwickler cool findest, würdest du ihn unterstützen. Ja. Wenn aber der Mod was kostet und der richtig Cash damit macht, wie zum Beispiel der Physics Mod, was würdest du dann als Entwickler machen, weil der ja richtig cached. Teilen, teilen. Teilen. Das ist ja sinnvoll dann. Also würdest du als Entwickler des Spiels den Entwickler des Mods anschreiben und sagen, ey, yo, ist für mich okay, wenn du das so machst, aber gib mir ein bisschen was ab, weil ich dir die Vorlage gebe. Ja. Wäre eine Strategie. Wenn er halt natürlich wirklich richtig Geld damit macht und du dein Produkt, dein Spiel immer noch kostengünstig anbietest, wie halt Minecraft, ne, Indie Game, 30 Euro, einmalig und der Typ, der jetzt den Physics Mod macht, will 30 Euro im Monat. Also ist ja eigentlich ein Abo, das du da abschließt. Und dann würdest du zu ihm sagen, ey, ist okay, aber 50-50. Ob das so legal ist überhaupt, bin ich nicht so tief drin bei den Richtlinien von Minecraft. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass das so legal ist, 30 Euro im Monat. Ja, das weiß ich auch nicht so, ne. Deswegen lasse ich da auch mal die Finger von, von überhaupt irgendwas. Aber, ne. Du als, ich glaube, du als Konsument kannst ja da nichts, also, wenn du das jetzt machen wirst, dann kann dem Microsoft jetzt nicht sagen, hier, du hast was verbrochen. Nur der Entwickler von dem Mod halt. Ja, klar. Stimmt, das gab es ja auch mal irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Aber da hat ein Mod entwickelt. Stimmt, das war, glaube ich, bei Nintendo so. Weil bei Nintendo hat er ja richtig Probleme mit diesen Emulatoren, glaube ich, heißen sie, ne. Wo du dann irgendwie auf dem PC Nintendo-Spiele spielen kannst. Und da gab es einen, also einen normalen Nintendo-Spieler, sage ich mal, der hatte richtig viele Emulatoren auf dem PC und hat damit richtig Cash gemacht, weil er da halt seine Sachen verkauft hat. Und was er eigentlich, ich sag mal, glaube ich, ist es jetzt halt illegal logischerweise ist, weil er ja die Produkte von Nintendo verkauft hat, ohne dass Nintendo davon wusste. Und der Typ richtig, naja, Geld damit gemacht hat. Und der ist jetzt, glaube ich, im Knast, weil es halt, naja, jetzt verboten ist. Irgendwie so. Ich bin auch nicht ganz drin in der Story, aber ich glaube, so war das irgendwie. Aber eigentlich sind ja alle Emulatoren die meisten kostenlos. Ja, aber halt auch illegal, weil du da ja dann meistens auch Nintendo-Spiele kostenlos spielen kannst, die Nintendo ja verkauft. Ja, aber, ja. Ich bin da auch nicht so tief drin, aber ich glaube, als Konsument ist man da auch nicht. Nur der, der das vertreibt, hat halt dann die Probleme, weißt du? Naja, klar. Ja, Konsument, glaube ich, der ist da komplett fein raus. Ja. Das macht eh jeder. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Nintendo vielleicht auch irgendwo egal ist. So zumindest die älteren Sachen, weil die verdienen ja da eh nichts mehr dran. Also, wenn man es jetzt so sieht, die verdienen ja nicht an irgendeinem Gameboy-Spiel irgendwas. Die verdienen ja da nichts mehr. Ja, ja. Die verdienen ja, also ich glaube, da ist denen das einfach egal. Aber ich denke mal, wenn jetzt irgendwie ein Emulator für den Nintendo Switch ist oder so, dann ist das halt was anderes. Weil du es noch aktiv aktuell verkaufen meinst, ne? Es ist ja wirklich so. Die werden ja kein, das gibt ja keinen Gameboy mehr im Laden oder so. Das ist ja Quatsch. Und deswegen denke ich mal, ist denen das auch egal irgendwo. Weil es gibt so viele Emulatoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo da das nicht weiß. Weißt du? Die müssen das ja wissen. Also, so dumm sind die ja nicht. Die müssen ja wissen, dass es dafür alles Emulatoren gibt. Und wenn die wollten, könnten die ja easy bestimmt die, weißt du, verbieten so. Ja. Aber die gibt es ja schon seit zehn Jahren, die meisten davon. Und nie ist irgendwie was passiert, dass die wechseln oder so. Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, selbst irgendwie die Computer Build oder so, die haben so Downloads für Emulatoren da. Stimmt, ne? Also, da muss, also, da wird auch wahrscheinlich wirklich das nicht so schlimm sein da. Zumindest die älteren Sachen. Habe ich auch. Emulatoren. Oh, du böser. Ja, das machen alle. Jeder, jeder Streamer, der ein Nintendo-Spiel spielt, ein DS-Spiel, der hat einen Emulator. Auch DS meinst du? Ah, okay. Weil ich spiele halt auch Nintendo so und spiele ja gerade Zelda aktiv. Und da habe ich einfach eine Capture Card. Das ist ja was anderes. Das ist ja was Neues. Ja, ja. Da gibt es auch keine richtigen Emulatoren für, glaube ich. Das ist dann noch zu verschlüsselt alles. Ja, kann sein. Irgendwie entschlüsseln und so. Aber ich habe gehört, auf Steam soll hier, also so ein Emulator sollte auf Steam veröffentlicht werden, so. Hm, okay. Habe ich gesehen, Artikel. Und dann hat Steam aber Nintendo angeschrieben, weil die das auch Angst hatten, weißt du, wenn es auf ihrer Plattform da irgendein Random gesagt hat, hier, ich mache meinen Emulator auf Steam und so. Und dann kriegen die ja Ärger. Und das wollten die ja auch nicht. Und dann haben die Nintendo angeschrieben, das dort, ja, und dann verboten dann so. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema eigentlich auch durch. Mir kommt sofort, als ob wir das alles abklappern. Klar, wir bleiben mal im Thema drin und wechseln dann von A nach B und so, ne. Von Mods, Spielentwickler, kommen wir ein bisschen zu Emulatoren. Man weiß, wo die Umleitung herkommt, aber, ja. Als nächstes Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, was mich ein bisschen stört, und ich hoffe, wie gesagt, die Person hört es nicht, weil sonst hört sie damit auf, aber sonst ist mein Discord tot, sind die Personen, die in jeden Discord-Server, wo sie, drin sind. Und, copy and paste, immer schreiben, guten Morgen. Oder irgendwie, moin zusammen. Oder, hallöchen, oder irgendwie sowas. Halt einfach, guten Morgen, oder, naja, mehr möchte ich jetzt nicht sagen, sonst leake ich einfach die Nachricht und jeder weiß, wen ich damit meine. Aber es gibt Leute, die schreiben in jeden Diskussion, wo sie drin sind, wo sie denken, ey, da passt rein. Einfach, guten Morgen. Copy and paste, jeden Tag um 6 Uhr. Bin tatsächlich, ehrlich gesagt, kein Fan von. Darf mich aber nicht beschweren, weil damit, naja, beginnst du halt in Unterhaltung. Manchmal reagiert keine Sau drauf, weil dann steht da einfach einfach nur, ja, heute geschrieben, um 6 Uhr hat die Person das gemacht, dann kam nix mehr, aber am nächsten Tag baut sich darauf eine Unterhaltung auf. Zwar nicht immer, aber manchmal. Und, naja, wie gesagt, mich stört es halt ein bisschen, weil dann komme ich mir einfach nur so vor wie, ja gut, ich bin auch nur ein Discord-Server von vielen und eigentlich die Person ist dann nie wieder da an dem Tag. Die schreibt einmal, guten Morgen rein, copy and paste und danach nie wieder. Nimmt dann einfach nicht mehr an der Unterhaltung teil. Und das ist halt dann so ein bisschen, was auch nicht, so hingerotzt, so ripp, ja, bekommst meine Nachricht, copy and paste, weil du einfach schnuppe bist. Und ich sehe, mich siehst du in deinem Discord-Server dann nie wieder. Zumindest nicht, wenn du nicht aktiv mit mir schreibst, sondern, ne? Ist mir egal, mein Discord ist eh tot, da schreibt gar keiner irgendwas. Da schreiben man einfach random Hey und dann war's das. Man niemals zurückschreibt. Ja, aber das, das, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht so aktiv auf Discord. Und wenn da jemand Hallo schreibt, schreibe ich nicht immer zurück Hallo. Ist halt so. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was ich dann schreiben soll, weißt du? Hallo, wie geht's euch? Was habt ihr heute gegessen? So, Smalltalk. Ja, ich hasse Smalltalk, ne? Vor allem, wenn es wirklich immer kommt. Wenn man ab und zu mal wirklich ins Gespräch kommen möchte, okay. Aber auch bei WhatsApp geht mir das so oft in Senkel, wenn eine Person jedes Mal Hallo, wie geht's dir? Was machst du so? So, Alter, leg mir im Arsch, Alter, ich antworte auf deine blöden Fragen. Jetzt hör auf, Alter, ich hab besseres zu tun. Ah, gemein. Ja, klar, ne? Aber ich lebe halt von dem Motto, wenn jemand was von mir möchte, schreibt er mich an. Punkt. Und wenn er nichts von mir will, dann lässt er mich in Ruhe. Punkt. So, ne? Blöd gesagt. Hört sich richtig gemein an, aber, ne? Weil, wenn jemand nichts von mir will. Wenn er sagt Hallo, wie geht's dir? Und dann will der aber was von dir, weißt du? So, sehr notär. Punkt, komm. So, hi, hättest du mal wieder Lust, dich mit mir zu treffen? Klar, gerne, so. Weißt du, ich meine, so startet, finde ich, ist eine gute Unterhaltung. Schön gestartet. Und dann kommt man ins Gespräch. Jo, wann geht bei dir? Samstag, 16 Uhr. Perfekt, machen wir Samstag, 16 Uhr. Wo treffen wir uns? Am Berliner Nordostbahnhof. Keine Ahnung. Ne? Dann machen wir da. So, passt. Dann trifft man sich da und quatscht. Man sagt nochmal, hallo, wie geht's dir? Was machst du so? Hallo, so, so. Es gab eine Person, die hat mich jedes Mal, wenn ich mir die geschrieben hatte, hallo, was machst du so? Gut geschlafen. Und dann habe ich einfach irgendwann geschrieben, ey, ich bin nicht Fan von Smalltalk. Und seit diesem Moment oder doch eigentlich schon, seit diesem Moment schreibe ich mir dieser Person immer seltener. Aber ich weiß, dass diese Person mit einer anderen Person in meinem Leben immer noch das, ich sag mal, dasselbe abzieht so. Immer noch dieses Guten Morgen, gut geschlafen, was machst du so? Macht und, ne, bei mir halt nicht mehr, weil ich gesagt habe, dass ich halt kein Fan davon bin. Finde ich ein bisschen schade, weil dann halt so, man kann ja auch anders ein Gespräch aufbauen. Oder vielleicht habe ich die Person falsch verstanden, weil ich wollte ja nicht sagen, ey, verpiss dich aus meinem Leben. Sondern ich wollte nur sagen, ey, bitte hör mit dem Smalltalk auf, weil ich bin kein Fan von. Sagen wir das Ding, bei WhatsApp oder irgendwie Discord oder generell digitalen Unterhaltungen ist es schwierig, 100% die Bedeutung daraus zu lesen, ne? Weiß ich nicht. Ich bin auch Smalltalk, mach auch, also, weiß ich nicht, wenn ich mit jemandem schreiben will, dann schreibe ich dem halt so, ne? Gucken wir mal, was da so dabei rumkommt. Ich will ja einfach mit jemandem schreiben, so. Ist mir egal, dann war's. Ja, aber da hast du doch bestimmt irgendwie doch ein Ziel im Kopf, so, ne? Nö, wir schreiben halt, hä? Nö, nö, zum Beispiel, ich schreibe mit dir, ne, logischerweise, mit dem Gedanken, irgendwann möchte ich auf das Thema Podcast zurück, zum Beispiel, ne, wann nehmen wir auf? Oder machen wir mal wieder Bad-Wars-Folgen, sowas. Zum Beispiel denke ich mir das so. Und du denkst dir einfach, ich schreibe mit ihm, weil ich gerade Lust habe, mit ihm zu schreiben. Ja. Dann hast du aber auch einen Gedanken, finde ich. Weil dann hast du halt Lust, mit ihm zu schreiben. Ja, aber dann schreibe ich ja, wie geht's und so, ja. Ja, 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 aber nicht immer, nicht jeden Tag, oder? Ja, warum nicht, wenn ich jeden Tag schreiben will mit der Person, dann schreibe ich jeden Tag, hallo, was machst du gerade? Hallo, wie geht's dir? Gut geschlafen? Was machst du so? Na ja, es kommt drauf an. Also wenn, ja, wenn ich gerade da Lust drauf habe zu schreiben, dann kann das schon sein. Die machen ja auch andere Probleme. Ja. So, und dann schreibe ich halt, ja, gut, so. Ich mach, das ist halt so. Ich hab ja niemanden, mit wem soll ich reden oder schreiben, so. Ja, mit mir, hallo, hey. Und wir reden jetzt. Ja, wir reden jetzt. Wir reden jetzt darüber über Smalltalk. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch allein damit bin, finde ich auch okay. Bin einfach kein Fan davon, weil wenn irgendjemand was von mir will, schreibt mich an mit dieser Sache, die er von mir will. Und wenn er Smalltalk haben will, dann schreibt er halt, okay, ich würde gerne Smalltalk führen, die ist ja auch okay. Aber wie gesagt, was mich halt einfach triggert, ist halt dieses jeden Tag, guten Morgen, moin zusammen, was macht ihr so? Obwohl nicht einmal. Also es ist ja jetzt auch wieder ein Unterschied zwischen normal WhatsApp, guten Morgen, gut geschlafen, das machst du so, hast noch was vor? Oder obwohl, dann ist ja auch, oh Gott, ich triffe gerade so schnell ab, habe ich das Gefühl, ne? Okay, warte, ich muss kurz splitten zwischen WhatsApp, wo man jeden Tag, guten Morgen, gut geschlafen schreibt. Ich glaube, wenn man irgendwie Freundin, Freund hat, so in Beziehung ist, glaube, dann ist okay, wenn man halt nicht zusammen wohnt, weil dann ist okay. Weil dann möchte man halt wirklich mit der Person Zeit verbringen, digital, weil ja dann nebeneinander nicht geht. Okay. Bruder, Mutter, Schwester, Vater, bin ich kein Fan von. Ist ja was anderes, kannst du ja nicht vergleichen. Wenn ich jetzt irgendwelche Freunde habe aus dem Internet und dann halt mit denen irgendwie Kontakt haben will, hast du? Ja. Mehr oder weniger. Dann ist das halt so, dann muss man halt mit denen schreiben. Anders geht's ja nicht. Ja, weil du mit ihnen schreiben willst. Ja. Ja, richtig. Aber mir kommt es manchmal so vor, vor allem, weil ich dann gehört habe, dass die Person mit einer anderen Person in meinem Leben eins, zwei, zwei selber macht, kommt es mir wieder so hingerotzt vor. So, okay, ich schreibe jetzt allen Leuten, denen ich mag, guten Morgen. Einmal dem da, einmal dem da, einmal dem da, komm, Domi auch, bla, dem da auch, weiß ich mal. Und bei Discord ist es zum Beispiel so. Wir müssen auseinanderhalten. Es gibt ja auch Personen, die halt mit mehreren Leuten einfach Kontakt haben wollen und schreiben wollen. Ist halt so. Ja, bei Discord, wie gesagt, das triggert mich halt. Wenn eine Person hat, schreibt guten Morgen. Eins zu eins selber Nachricht in meinem Server, in deinem Server, im Projektserver, im was weiß ich was für anderen Server. Jedes Mal genau dasselbe. Ist sogar fast dieselbe Uhrzeit. von anderen Leuten im Discord-Server und dann siehst du die Person an dem Tag auf dem Server nie wieder. Das ist bei mir so. Ich sehe sie nie wieder. Nehmt an keiner Unterhaltung teil. Gar nicht. Die schreibt es einfach nur. Ich glaube sogar, sie hat mein Discord-Server gemutet. Ist ja okay. Habe ich bei manchen Leuten auch gemacht, weil ich nicht unbedingt mitreden möchte. Geht mich halt nichts an oder will ich nicht wissen oder wie auch immer. Wenn mich jemand braucht, bin ich da und schreibe halt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt gerade meine Meinung perfekt rüberbringen kann. Ich bin eher auf 100 Discords. Wenn da jemand schreibt, dann sehe ich das gar nicht. Nur die wichtigen, da gucke ich rein. Richtig. Aber ich glaube, du bist auch kein Typ, zumindest bei mir nicht, der halt jedes Mal Guten Morgen schreibt um halb sieben. Ich schreibe gar nichts in Discord. Ja, siehst du. Soll ich sagen, auf welchem Platz dein Discord hier ist in meinem Rangliste hier? Ah, warte, warte. Ich hoffe unter den Top Ten. Ne, gar nicht. Aua. Ne, aber es liegt ja nicht an dir. Es liegt ja aber auch daran, dass einfach immer neue Discord dazukommen und dann die neuesten ganz oben sind so. Weißt du? Ja. Und dann am Anfang war der vielleicht mal unter den Top Ten und dann gab es immer mehr Discords und immer mehr und dann habe ich die sortiert und so und wo ich gerade aktiv bin und so und dann ist es halt immer runtergerutscht. Oh, dann macht dich Domi immer weniger und dann kommt er ganz runter. Zu den unbeliebtesten Discords überhaupt. Da, da, passt da. Das ist ja keine Beliebtheit, aber es sind ja auch Projekte dabei. Hier Better Create, dann ist hier RG Family. Oh, da bist du auch. Oh, wie krass. Minecraft Shiny Islands und Dragonslayer Run ist auf dem Platz 5. Ja, Dragonslayer Run. Wooo. Also bin ich ja doch dabei. Aha, finde ich gut. Projekt von mir, dass ich so ein bisschen ins Leben gerufen habe unter den Top 5. Das finde ich super. Ist ja auch aktiv. Richtig, richtig, richtig. Ja, ja. Oh, stimmt, das können wir auch noch kurz anschneiden. Welche Person, ich weiß nicht, ob man das überhaupt zu öffentlich sagen darf, so, ne? Wenn ich schneide ich es raus oder ich piepe es raus oder whatever. Welche Person wärst du gerne bei Track & Slayer Run Staffel 2 im Team? Weißt du das schon? Hättest du irgendeinen Favoriten? Mir ist das egal. Ja, ja, danke. Komm, ich habe mir da irgendjemand nicht. Das ist mir eh schnuppert. Ich gewinne das eh. Nee, ich habe ja nicht gewonnen. Mir ist das egal. Da ist ja keiner gewonnen. Am besten ist, ihr macht schon mal hier eure Teams und so. Wenn da irgendjemand Probleme miteinander hat, dann, weißt du, dann macht ihr dann den, der übrig bleibt. Das hört sich irgendwie, ist ja ehrenhaft von dir, aber das hört sich für mich so nach Problemkindern an. So, du nimmst dann das Problemkind, das keiner haben will. Das hört sich für mich gerade so ein bisschen an. Aber ich weiß, das ist kein bisschen so gemein. Irgendeiner bleibt ja dann immer übrig. Also muss ja dann, weil ich ja dann auch... Ich habe irgendwie auch Angst, dass irgendeiner ausfällt kurzfristig. Und, ne, weil wir sind jetzt halt aktuell sechs Teams und es kommen eventuell noch ein paar dazu. Nachrücker vorbereiten. Ja, oder halt, ich plane mal mit ein paar Leuten weniger. So, ich lasse mal irgendwie zwei Leute aus, die vielleicht in Staffel 2 nicht dabei sind, dass, falls jemand ausfällt, die hier reinspringen können. Dass sie irgendwie immer einen Springer haben. Immer ein paar mehr Leute. Ich glaube, das ist cooler, wenn es mehr Leute sind. Ja. Aber das dann auch an einem Tag alle können, wird dann auch schwieriger, ne? Ja, aber dann müssen die halt mal aussetzen, die die nicht können, so. Dann ist es halt so. Das werden ja jetzt nicht zehn von zehn Leuten keine Zeit haben. Wir können ja eine Abstimmung machen, wann jeder Zeit hat. Und dann, wenn da einer keine Zeit hat, dann ist es halt so. Dann hat er Pech gehabt. Ja, blöd wie Sand, aber ja. Ja, du hast vorhin über Smalltalk geredet und hier mein Discord. Jetzt hast du eine Unterhaltung hier gestartet mit Smalltalk. Musst du mal gucken. Ist es weitergegangen? Oh ja, geil. Das Typische, was du überhaupt nicht magst. Ja, hey, hi, hi, wie geht's? Aber dass du auch geschrieben hast, während ich mit dir hier drin sitze. Ja, super. Ja, du hast da auch geschrieben. Ja, ja, natürlich. Ich wollte ja hier trickern. Ja, siehst du? Ja, ja. Das ist hier eine typische Unterhaltung, wie ich sie gesagt habe. Wie geht's? Das stimmt, halt wirklich so, ne? Hallo, hi, hi, wie geht's? Was macht ihr gerade so? Das ist, glaube ich, eine tolle Podcast-Aufnahme heute. Ja, ja, kann man alles nachlesen. Also die Leute, die wissen möchten, wann wir, welche Uhrzeit, welcher Tag, welcher Podcast aufnehmen, ihr seht dann. Ja. Ja, ja. Müsst ihr bei Taubi dann auch nachgucken im Discord. Müsst ihr alle reinnehmen. Wenn Discord kommen, ja, ja. Müsst ihr es leider machen. Ich weiß, Taubi mögt ja alle nicht, aber müsst ihr es leider machen. Dann wird der Discord aktiv. Oh ja. Solche Discords sind ja eh schwierig aktiv zu kriegen, sage ich mal. Wenn da nichts, keine Projekte oder so sind. Ja, vor allem mit Smalltalk, weil jeden Tag Smalltalk, glaube ich, nervt einfach jeden. Weil so, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit der Meinung auch alleine bin. Ich meine, wenn du wirklich jeden Tag, guten Morgen, was machst du so, jeden Tag ins Gesicht geworfen kriegst, findest du gut, findest du gut, findest du gut, findest du gut. Ja, findest du gut. Ja, dann ist er aktiv, das ist ja das Einzige, da kann ja was entstehen dann. Dann kann ja das Gespräch weitergehen. Ja. Jetzt zum Beispiel. So aktiv war der Discord seit zehn Tagen nicht mehr. Ja, hab ich doch gerne gemacht. Mit Smalltalk. Erst über Smalltalk gemeckert und jetzt einfach hier angeheizt wie ein Verrückter. Findest du super. Also, naja, mach ich ja gerne für dich, für mein allerbesten, super Kompagnos. Auch krass, ich glaube, ich bin der Einzige, der noch Kompagnos sagt. Oder einer, der wieder damit angefangen hat. Ich finde es einfach ein richtig schönes Wort. So, ne? Kompagnos. Kann man es richtig super schnell sagen, habe ich das Gefühl. Kompagnos. Kompagnos. Statt einfach Kumpel oder Freund. Kompagnos. Oh ja, hört sich an wie so ein Musketier. Alter, Leute, wir sind hier heute mit meinem Kompagnos. Ich finde, das hört sich richtig cool an. Das klingt wie ein mexikanisches Essen. Nix, ein Kompagnos? Ja. Könnte so ein Müsli sein, so Kompostmüsli. Obwohl, Kompost ist, glaube ich, Müll, ne? Ja. Naja, dann halt. Warte, recyceltes Müsli. So, von Sachen, die irgendwie schon an ein paar Ecken braun sind oder leicht verschimmelt, wo du einfach dann diese Schimmel-Ecke da wegschneidest. Oder Sachen, die man in Deutschland hätte weggeworfen, so, ne? Die haust du in Müsli rein. Perfekt. Hast du Kompagnos. Das ist Kompostmüsli. Ist ja voll geil. Und dann haust du noch so einen mexikanischen Hut drauf. Perfekt. Kompagnos. Hell, voll geil. Das bringen wir mal raus, Alter. Die Müslimarke schlechthin. Kompagnos. Das muss ich mir aufschreiben. Kompagnos ist eine Müslimarke von Kompost. Von Nestle. Von Nestle. Oh ja, geile Idee, Alter. Lass doch noch die ganzen Brunnen abkaufen, Alter. Alter, wir sind ja nicht Nestle. Wir sind einfach Taubi und Dommisle. Da sind wir. Wir sind die Taumisle. Warum, weil Müsli, das ist das erste hier im Merchandise. Gibt es überhaupt schon Merch von Podcasts? Safe, oder? Ja, bestimmt gar nicht. Gibt es ja so viele Leute, die in dem Merchand irgendwie alles. Ja. Also, ich habe letztens erst erfahren, dass Cristiano Ronaldo Unterhosen vermarktet. Mit CR7 drauf. Weil der hat ja CR7-Marke und macht einfach Unterhosen. Alles. Ja. Parfüm, glaube ich, auch, ne? Geh mir jetzt auch nicht so krass aus. Aber ich glaube, Unterhosen ist... Ich auch nicht. Aber warte, ich muss mal kurz googeln. Bin mir auch nicht sicher. Ronaldo Unterhosen. Ja, CR7 Basic. Ja, perfekt. CR7 Unterhosen. 50 Euro. Ja, klar, das Schnäppchen. Alter, für zwei Stück zahlst du 16 Euro. Für zwei Unterhosen von Ronaldo. Haben wir hier Smalltalk? Warte, ich muss den Smalltalk jetzt weiterführen bei dem Discord. Der hat mich jetzt getriggert. Warte, warte. Wie? Ja, okay. Stimmt Zug fahren. Da hätte ich noch ein Thema. Ich könnte noch kurz einschmeißen. Dauer nicht allzu lang. Ist aber lustig. Und zwar war ich letztens... Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Hardcore-Folge mit Geisty erzählt. Ich war letztens in Wien. Vor zwei Monaten oder so. Ich glaube, das war Ende März. Und währenddessen war bei mir die Hogwarts-Legacy-Serie dran. Also das heißt jeden Tag einfach eine neue Folge Hogwarts-Legacy. War aber blöd, weil ich halt einfach drei Tage in Wien war. Konnte ich ja nicht aufnehmen und nicht schneiden und gar nichts machen. Also bin ich verrückter, habe ich meinen Laptop mitgenommen, habe dann die Folgen im Zug geschnitten und über das Handy hochgeladen, weil das Hotel richtig schlechtes WLAN hatte. Über mobile Daten habe ich dann die Hogwarts-Legacy-Folge hochgeladen. Das hast du sogar schon mal erzählt. Habe ich schon mal erzählt? Oh nein. Habe ich mir das... Oh ja, bestimmt haben wir das schon mal erzählt. Ich glaube, oh, das kommt mir gerade auch bekannt vor. Irgendwas mit Wien, glaube ich schon. Aber ich habe es... Oder ich habe den Zettel schon weggeschmissen. Das kann auch sein, weil der Weckere ist weg. Ja, das kann auch sein. Ja, ja. Oh Mann. Du hast doch den Zettel weggeschmissen. Ja, ja. Aber wir können dir jetzt mal was sagen, was ich schon letzte Folge sagen wollte. Was wolltest du letzte Woche sagen? Letzte Woche Folge. Du hast doch bestimmt einen Schreibtisch, wo du dann... Ja. Und dann zockst du an deinem Schreibtisch, oder? Ja. Und dann hast du einen coolen Bildschirm. Ich habe zwei, ja. Zwei? Zwei coole Bildschirme? Sind die gleich groß oder ist da eine kleiner? Das ist eins, eins, derselbe tatsächlich. Von der selben Marke, selbe Modell. Findest du das besser, unsatisfying, wenn da zwei unterschiedliche... Ja, ja, ja. Also wenn zum Beispiel mein linker größer wäre als der rechte, das wäre komisch. Oder auch, was viele Leute haben, was ich irgendwie... Es sieht cool aus, aber ich könnte nicht damit leben. Wenn ein Monitor senkrecht ist. Also, ne? Weil so ist horizontal, ne? 16 zu 9 Verhältnis. So normal halt, so Fullscreen. Aber wenn der vertikal ist, dann sieht es cool aus, klar. Aber ich könnte, glaube ich, nicht damit arbeiten, sage ich mal. Weil meistens haben die Leute da Discord drauf, weil dein Discord einfach größer ist. Oder WhatsApp oder so. Aber ich glaube, ich könnte nicht damit klarkommen. Och, das geht schon. Aber da ist halt dann so ein Ersatzding ins Ersatzbildschirm, wo dann nur so die Sachen drauf sind, die jetzt nicht einen breiten Bildschirm brauchen. Ja, 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 meine ich ja. Wie Discord oder WhatsApp halt so die... Ja, ich habe am Anfang... Also, ich habe ja erst einen Laptop gehabt, dann hatte ich dann einen zweiten Bildschirm am Laptop. Das war auch ganz gut. Und dann hatte ich halt PC und da war gleich ein Bildschirm mit drin. Mhm, cool. Aber... Und der ist auch größer und so, ne? Mhm. Aber der hat halt... Also, der PC hat halt nur einen HDMI, nicht? Anschluss. Ah, ja, richtig. Brauchte ich erst mal ein Kabel, damit ich meinen alten Bildschirm noch anschließen konnte. Aber jetzt habe ich hier zwei und es ist auch besser, weil mit einem Bildschirm ist es ganz schön. Das geht nicht mehr. So wie es anhört, ja. Vor allem... Obwohl, ich glaube, der Schnitt geht sogar, aber Aufnahme ist schwierig. Weil dann müsstest du aus Minecraft raustaben, OBS-Aufnahme drücken und dann einfach hoffen, wenn du Minecraft auf Fullscreen spielst, dass OBS halt noch aufnimmt. Weil das siehst du ja dann nicht. Weil hier im zweiten Bildschirm kannst du einfach gucken, okay, OBS nimmt doch auf. Perfekt. Siehst du alles. Hast du alles im Überblick und links kannst du halt spielen. Zumindest ist es bei mir so. Aber ein Bildschirm ist schwierig, ja. Das geht ja nicht automatisch aus, sage ich mal. Ja, aber... Der hat die Aufnahme. Ja, also bei mir war es schon mal so. Ich glaube, da wollte ich ein Jedi-Survivor-Video machen. Ich habe zwei Stunden Jedi-Survivor gespielt, habe so meine Eindrücke sagen wollen. Und da hat dann OBS einfach die Aufnahme beendet, weil mein Speicherplatz voll war. Und das habe ich erst ganz spät gesehen, weil ich so krass im Spiel drin war. Das war dann halt blöd. Da muss man halt viel Speicherplatz freimachen. Ja, aber ich habe nicht darauf geguckt, so, ne. Das ist halt das Ding. War halt einfach echt sehr blöd. Es kam dann leider keine Folge. Ich finde beim Schnitt schon wichtig, zweiten Bildschirm zu haben. Also das finde ich dann schon wichtiger als Aufnahme. Weil beim Schnitt hast du ja einen Ordner. Ja. Und da musst du ja immer raus aus deinem Schnittprogramm. Das ist ja nervig. Also das geht nicht. Da müsste ich das auf einem Bildschirm, das Schnittprogramm und den Ordner drauf machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Du schneidest mit DaVinci Resolve, oder? Ja. Ist es dann auch so, dass du dann die Musik eigentlich dann ins Schnittprogramm einfach reinpackst, so, ne? Ja. Kannst du das Projekt dann speichern und dann hat es die Musik immer da drin? Ja. Okay, weil das habe ich bei mir Premiere Bro, so. Dass ich halt wirklich einen Ordner in Premiere Bro habe mit lustiger Musik. Und dann brauche ich nicht immer raus tappen und Musik rein, sondern habe halt da meine lustige Musik so drin. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Ah, schade. Also im Projekt, ich mache halt immer bei einem neuen Video ein neues Projekt, so. Ja, ja. Und deswegen muss ich dann alles neu reinziehen, was ich brauche. Ja. Habe ich auch lange Zeit gemacht. Aber seit ich mit Audiospurmischer arbeite und hier Hardlimiter und hier Dynamiker und hier Kompressor und hier Equalizer drauf haue. Ich glaube, das hat man bei Pirates mal gesehen. Da habe ich alles von Anfang an gemacht. Und jetzt arbeite ich mit Vorlage. Smart ist das. Also mehr oder weniger. Ja, klar. Weil das spart mir einen Haufen Arbeit. Weil dann brauche ich halt die Effekte auf meine Stimme nicht mehr draufhauen oder irgendwie das Spiel nicht mehr leiser machen, weil halt das schon alles so ist. Und Musik ist auch schon drin. Zumindest Ordner muss ich halt nur noch Musik reinziehen. Da, wo sie reinpassen. Also ja, spart einen Haufen Zeit. Wenn es halt geht. Aber man muss ja trotzdem die Musik dann noch entscheiden, welche schön passt und so. Ja, klar. Ich habe ja meinen Ordner auch sortiert. Mal kurz nochmal auf das Monitor-Thema zurückzukommen. Also ja, für mich wäre es, glaube ich, richtig unsatisfierend, wenn ich zwei Monitore hätte, die verschieden groß sind. Das wäre für mich komisch, ja. Also, weil ich hatte auch mal lange Zeit Laptop und einen Monitor einfach daneben so, ne. Und dann habe ich lange Zeit auf dem Laptop gespielt, einen Laptop-Bildschirm benutzt und meinen zweiten Bildschirm einfach als, naja, nebenbei Discord oder so, ne. Dann habe ich aber geswitcht gehabt und es war so viel angenehmer. Hatte ich einen Bildschirm, halt meinen dicken Bildschirm und Laptop einfach nur als Laptop. So ein Laptop sogar noch irgendwie Tastaturen alles angeschlossen, weil, naja, war mein PC. War halt einfach schöner. Ich würde mal sagen, weil wenn du den Laptop und wenn du dann die Tastatur vom Laptop benutzt, kannst du ja dann nicht den zweiten Bildschirm als Hauptbildschirm benutzen. Ja. Das funktioniert ja nicht. Und ich hatte, also mein Tisch ist auch sehr klein. Weiß nicht, ich habe eine Tour, Ruhm-Tour auf meinem Kanal. Da kann man alles sehen. Warte, du warst doch noch der Couch-Typ, oder? Ja, ja. Ja! Mein Tisch ist halt sehr klein und da hätte sowieso eine zweite Tastatur nicht draufgepasst. Ist jetzt schon krass, dass hier alles drauf ist. Also es ist schon mit dem Bildschirm schon ziemlich eng, sag ich mal. Der eine, der ist schon ein bisschen hinter dem anderen, sag ich mal. Aber das passt noch so. Und das ist cool, weil ich kann auf einer Couch liegen. Und das kann ich jetzt zum Beispiel dem Podcast einfach im Liegen aufnehmen, weißt du? Alter, das ist schon cool. Das ist richtig cool. Also die Beine hochlegen und einfach in mein Mikro sprechen. Oh, ich habe noch so einen Kinderschreibtisch. Und der hat unten noch so ein Dings, wo du die ganzen Bücher oder Rucksack oder so reintun kannst. Aber da, dass ich jetzt leider nicht unbedingt mehr so ein Kind bin, sondern wirklich gewisse Größe habe, komme ich dann mit meinen Knien dahin. Und es nervt so, weil ich habe absolut keine Beinfreiheit. Und es nervt mich so krass. Und auch, mein Stuhl ist während Pirates kaputt gegangen. Da kann ich auch mal eine Story erzählen. Da gibt es sogar Bilder von. Da gibt es sogar Real-Life-Bilder von meinem Stuhl, wie der kaputt gegangen ist. Und jetzt habe ich hier so einen Mickey Mouse Stuhl, wo die Lehne mal runterfällt, wenn ich mich nicht gerade anlehne. Und das ist für meinen Rücken absolut nervig. Also ich brauche unbedingt mal einen neuen Stuhl, ey. Ja, ich habe auch einen doofen Stuhl auf meinem Schreibtisch. Du hast ja den Couch, Juge. Du hast den Couch, ey. Ja, aber ich habe auch einen Schreibtisch und einen Stuhl, aber da sitze ich ja nie. Ja, oh ja, lass einen Tausch machen. Ich gebe dir die Switch für meinen Bruder und du schmeißt mir den Stuhl rüber. Das ist doch gut. Der Stuhl ist aber, nee, das ist kein guter Deal für dich. Okay, dann, okay. Der Stuhl ist richtig kacke. Die Lehne ist halt senkrecht, weißt du, und die ist richtig hart. Oh nein, okay, dann ist okay. Ich habe einen Bürostuhl und da kannst du dich aber nicht ordentlich reinlegen, also reinsetzen. Weil die ist so senkrecht, dann machst du dir ja deinen Rücken kaputt. Da kannst du dich da nur hinhocken. Aber das macht ja keiner außer ich, weil er sitzt ja sowieso komisch da. Ach ja, Hocker, ne? Diese Barhocker oder so, die keine Lehne haben. Ich mag die gar nicht. Weil ich finde Stühle mit Lehne einfach schön. Kannst dich anlehnen, perfekt. Aber Hocker, da hockst du ja richtig blöd. Also dein Rücken ist ja, du hockst so wie eine alte Oma so. So, ich weiß nicht, ich habe es gerade nachgemacht, aber es sieht ja keiner. Und der Rücken, weil du kannst ja nicht gerade sitzen, dann siehst du ja richtig doof aus, wenn du so gerade hockst auf dem Hocker so, ne? So, das geht ja nicht. Deswegen, ich mag Hocker gar nicht. Vor allem, ich weiß auch nicht, du hast keine Sicherheit. Wenn du dich ein bisschen weit nach hinten nähst, fällst du hin. So, das hast du halt beim Stuhl mit Lehne halt nicht. Klar, Hocker schauen auch blöd aus, wenn sie eine Lehne haben. Aber Hocker mag ich trotzdem nicht. Aber ich habe jetzt sogar noch eine Story für neue Folge. Für nächste Folge der nächsten Woche. Können wir das mal ansprechen. Okay. Muss ich mir aber aufschreiben. Oder ich schreibe es dir. Und das können wir dann mal hier, ne? Ja. Bevor ich es vergesse. So, weil dann wissen wir Bescheid. Mache ich sogar noch eine Motion hinter, weil ich nett bin. Das finde ich gerade nicht den richtigen. Naja, doch. Mach mal so. Okay. Jetzt kommt die Nachricht an. Perfectly. Und ich finde, es ist ein interessantes Thema. Oder? Ich sehe es dann. Achso, okay, okay. Okay, warte, ich schreibe es in den Chat. Ja. So. Und dann sehen sie alle. Ne, ich mache einfach, ich habe ja Replay-Aufnahme. Dann sehen die es nicht. Achso, aha. Ist ein interessantes Thema, oder? Ja. Finde ich schon. Weil da kann man ein bisschen ausarbeiten. Eventuell, wenn ich dir spoilern darf, eventuell mit einem Gast. Aber werden wir dann sehen. Apropos, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Darüber geredet, ob wir Gäste im Podcast haben möchten, ne? Ja. Ja. Na, schauen wir mal. Da können wir dann ein bisschen, ein bisschen auf Kamera, ein bisschen reden. Und dann eventuell mit einem Gast. Vielleicht auch nicht. Also, wir versprechen mal nichts. Oder ich verspreche nichts. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gerade Unterhaltung leite. Aber das sehen wir dann. Ist ja auch deine Folge. Ne, richtig. Ah, na, unsere Folge auf Spotify. Ja. Das war halt meine Folge auf YouTube, ja. Bei Spotify, da höre ich auch immer rein. Ja? Ja. Also, ich bin ein richtiger Fan vom Podcast. Also, von unserem vor allem. Weil, ne? Ja, Spotify höre ich immer rein. Und bei YouTube, bei mir halt nicht. Weil, ich habe sie ja geschnitten so, ne? Klar, bei Spotify habe ich sie auch geschnitten. Wenn es dann halt die Folge ist, die bei mir auch synchron auf YouTube erscheint. Aber Spotify höre ich immer rein. Beim Gassi gehen ist es richtig entspannt. Ja, ja. Kann ich meinen Hund immer zurückpfeifen, wenn er irgendwas macht? Und dann höre ich mich selber reden. Es ist richtig komisch, seine eigene Stimme zu hören. Aber es sind ja auch immer tolle Unterhaltungen. Von daher ist es okay. Aber unsere Zielgruppe auf Spotify war es noch nicht so groß. Aber 11% aus der Schweiz. Oh. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne keine Leute aus der Schweiz. Außer einen. Aber der hört da bestimmt nicht. Doch, ich kenne. Ich weiß nicht. Doch, glaube ich. Darf ich schon sagen. Der Liberatchen kommt aus der Schweiz. Aber 11%? Ja, ich weiß es nicht. Also es kann ja sein, dass die Wiedergaben gezählt werden hier. Nämlich die Benutzer. Wenn jeder jeden Podcast hört, dann kann das schon hinkommen. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört. Muss ich mal. Okay. Wenn ich ihn frage, glaube ich, dann ist es auffällig. Also Reitsch, wenn du es hörst, schreib gerne mal drunter. Italien auch einen. Italien. Oh, Italien. Weißt du nicht, Italien? Nee, kenne ich keinen Italien. Doch, doch, kenne ich. Doch, doch. Kenne ich. Aber ich darf es nicht sagen. Ich könnte es dir dann sagen, aber es darf ich Ihnen öffentlich sagen. Ja, okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, ja. Ja, ja. Weil wir haben schon, wir haben 43 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify. Das fände ich cool. Ja. 43, das sind zwei Klassen. Ich finde das richtig cool. Ja. Ja. Aber dafür sind unsere Wiedergaben nicht so viele. Oh. Ja, ja. Machst du nichts außer weinen. Okay. Dann war es so mit der Folge. Wenn es dir gefallen hat, schreibst du gerne ein Like und ein Abo da. Oder 5-Sterne auf Spotify. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich glaube, bei irgendwie Bayern oder so, glaube ich, fängt jetzt die Schule wieder an. Und in anderen Bundesländern ist es Ferien oder so. Irgendwas ist da immer ganz komisch. Aber ich glaube, in Bayern sind es dann die letzten paar Wochen und dann ist bei den Sommerferien. Aber ja. Also für die Leute, die jetzt Ferien haben, schöne Ferien. Für die Leute, die jetzt keine Ferien haben, einen schönen Start in die neue Woche. Und bald habt ihr Ferien. Und ja. Dann letzten Worte gehen an Taubi. Von mir. Tschüssi. Und wir hören uns. Okay. Das war das letzte Wort? Ja. Okay. Perfekt. Gut. 시st doch Mü. Är. Wie. 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 tube.